Pippet Cycles Pippet Cycles zeigte in letzter Zeit viel Präsenz auf dem Markt. Die Firma bietet eine runde Palette an Modellen an. Das Mach 429 Trail gibt es als Rahmen-Kit oder in verschiedenen Modellvarianten. Unser Testrad ist das Mach 429 Trail Carbon XT XDR One Buy mit einem Preis von 6499 Euro, die günstigste Komplettvariante im Angebot. Der schön geformte Vollcarbonrahmen setzt auf einen DW-Link Hinterbau mit virtuellem Drehpunkt und 116 mm Federweg am Testrad kombiniert mit einer Fox 34 Factory. Mit dem Float DPS kommt auch das Federbein von Fox. Dieses Fahrwerk kann rundum überzeugen. Es spricht sensibel an und bietet große Reserven. Das Mach 429 klettert schnell und effektiv, der Hinterbau wippt nicht und fühlt sich dabei im ruppigen Downhill nach mehr Federweg an. Der Fahrer sitzt zentral auf dem Bike, pedaliert effektiv und kann sich über die Agilität des verspielten Bikes freuen. Lediglich in sehr steilen Anstiegen muss man das Vorderrad bewusst belasten. Rahmen und Gabel sind für Laufräder in Boost-Variante konzipiert. Das Mach 429 lässt sich so auch mit B-Plus-Laufrädern kombinieren. Die Züge sind unter dem Unterrohr verlegt. Sowohl das Unterrohr als auch die rechte Kettenstrebe sind mit einem Schlagschutz versehen. Das Mach 429 lässt sich so auch mit dem Aufmerksamkeit. Das Mach 429 lässt sich so auch mit B-Plus-Laufläder in fehrung. Wie der Name schon sagt, setzt das Pivot auf einen 1x11 Antriebsstrang mit XTR Schaltwerk, Raceface-Kurbel und XT Schalthiebeln. Dazu kommen XT Bremsen mit 180 mm Scheiben, funktioniert alles tadellos. Mit den M1700 kommen die 29 Zoll Laufräder von DT Swiss, die Reifen von Maxxis. Hinten ein 2,25 Zoll breiter Ardent, vorne ein 2,3er High Roller 2. Mit geringem Luftdruckgefahren fühlt sich diese Kombination in aggressiv gefahrenen Kurven etwas schwammig an. Das Cockpit kommt von Phoenix und gefällt mit kurzem Vorbau sowie einem breiten, angenehm gekröpften Carbon-Lenker. Die Kein-Shock-Vario-Stütze hat 125 mm Hub, auf ihr ist ein WTB-Sattel montiert. Gewogen haben wir das schicke Bike samt Pedalen mit 13,2 kg. Das Pivot Mach 429 Trail ist ein rundum gelungenes Trail-Bike mit klasse V-Eigenschaften. Das XT-XTR One-Buy-Ausstattungspaket ist stimmig und funktioniert bestens. Kein billiges Bike, aber eines, das einfach Spaß macht. Das ist ein WTB-Sattel. 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 Vielen Dank.